so ihr lieben herzlich willkommen bei jens von minga gaming unsere zweiten kanal news die also jetzt ganz frisch erscheinen april 2020 und ich möchte euch über ein paar neuerungen auf dem kanal informieren ab dem 10.04.2020 findet ihr auf unserem kanal das final fantasy 7 remake darauf freuen wir uns schon ganz besonders wir sind ja drei leute auf dem kanal das hat der ein oder andere vielleicht schon mal mitbekommen das wird mein liebenswerter kollege der timme streamen und auch vielleicht mit let's place versehen ob er einen test dazu macht das stelle ich ihm natürlich logischerweise frei aber ihr werdet das auf jeden fall auf unserem kanal dann in kürze auch finden die demo hat ja einen sehr sehr guten eindruck hinterlassen und von daher kann man sich auf das game auch freuen einen weiteren neu zugang gibt es mit dem zweiten neuen spiel ab april auf unserem kanal das ist aber nicht ganz richtig denn am letzten märz wochenende konnte man das als testversion quasi schon als demo dann für die playstation 4 entsprechend spielen ich habe das auch gemacht habe da auch ich glaube zwei drei livestreams gezeigt habe auch ein paar let's play dazu hochgeladen sehr sehr interessant mit jeder runde wurde das spiel besser ich war am anfang doch eher skeptisch und muss aber sagen mit jeder runde die ich das wochenende da gespielt hatte das waren insgesamt so 15 bis 20 würde ich schätzen hat mir das spiel besser gefallen das war sowieso schon im januar 2020 von mir vorbestellt gewesen von daher heißt es jetzt eh augen zu und durch aber ich glaube das wird ein ganz kurzweiliges gutes spiel für zwischendurch werden ich werde hier definitiv einen test zeigen dann auch das ein oder andere tutorial und tipps und tricks werdet ihr auf dem kanal finden und natürlich dann let's place und gerne auch live streams mit der community hier gerne auch der hinweis edit uns doch im psn unter unseren nicknames ich bin pro bayern 1978 beispielsweise und wenn ihr dann mal online seid und ich dann können wir das gerne auch zusammen spielen ansonsten möchte ich jetzt endlich mal die meisterliga saison zwei fortführen mit dem fc bayern münchen das habe ich ja von meinem kanal minga sports übernommen ab märz 2020 ist ja dort kein sports gaming mehr zu finden das habe ich ja jetzt in den gaming channel hier mit baseball schon sehr sehr erfolgreich immer gemessen am an der kanalgröße integriert das soll jetzt mit ps 2020 und dem meisterliga modus folgen vielleicht habt ihr auch lust dort mal rein zu schauen das wird auch komplett von mir kommentiert sein soll euch auch mehrwert bieten nicht nur spiele und kommentiert ich glaube das ist der sehr sehr viel persönlich ihre weg und ja ich würde mich freuen wenn ihr da auch mal reinschaut und ansonsten sind das eigentlich unsere wichtigsten neuerungen im april 2020 gewesen danke dass ihr auch jetzt wieder in dieses video mal ganz kurz rein geschaut hat schauen servus euer jens von minga gaming